Durch blödes Reden hat sich Jin Fu, hat sich Jin Fu jetzt das nächste Grudge-Match verdient. Hat sich Jin Fu jetzt auch in ein Grudge-Match verwickeln lassen, entschuldigen wir den Fu-Shin. Ich glaube, Char-Chi will sich das Taxi nach Hause erschnoren von VTV. Was? Das war ein Schloch! Kein Wake-up-Joyo, mach kein Ja! Was heißt eine Runde? Du bist steppert, warum machst du dann ein Grudge-Match, du Idiot? Bist du behindert und das ohne Brille? Konzentrier dich! Er sieht ja gar nichts! Du könntest Hugo nehmen, er würde glauben, es ist Ibuki! Hörst! Äh... Meine Chefin, meine wunderschöne Frau, möchte nicht kommentieren, obwohl ich mir fast in die Hosen mache. Aber ich könnte hier diesen Becher nehmen, denn der ist frumvoll. Ich könnte diesen Becher nehmen, der ist auch voll. Eik, schau, du gehst! Von mir verabschiedet er sich nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Das ist so ein Schiff! Das sehe ich nur heute! Das ist jeden Tag, ein E-Chain! Ja, ich habe gesehen! Ich habe einen kleinen Grafchen gemacht, oder? Ich habe gesehen, ich habe es auch erwähnt! So gut! Da oben noch schreibt! So gut! Und er drückt! Er drückt! Was ist denn? Er drückt! Ja, du sollst! 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 Das eine Maxi springt! Ich werde jetzt übergeben an zwei wunderschöne Frauen! Einmal und zweimal! Er macht das immer so! Schau, wir kommentieren das jetzt! Also da oben sind bunte Balken und der eine ist ein bisschen weniger. Da ist, dass mein Freund gerade ablust. Na gar nicht! Na, oh ja, weil es schon... Ja, eben! Aber okay, falsch! Riu! Stimmt! Nein, nicht! Okay! Aber... Okay, wir schützen sie aufeinander rauf! Dann ist die liebzige Bälle! Und liebziger Boden! Oh je! Ist das sicher weh? Fällt ja auch, dass sie nicht richtig rückwärts gehen kann! Schon aussieht wie Eislauf! Der Riu hat nur noch einen kleinen roten Balken! Das ist schlecht für ihn! Und jetzt ist es gleich vielleicht vorbei! Nein, doch nicht! Ja! Jetzt hat er die Buki gefunden, ja? Ja! Zumindest ist er eine Runde! Das ist schlecht! Ähm, nicht schlecht! Okay! Okay! Das ist eine Runde! Das ist eine Runde! Vielleicht ist er auch noch ein paar. Okay! Das ist eine Runde! Ich habe jetzt keine Runde! Das ist eine Runde! Ja! Ja! Das ist eine Runde! Ja! Ich hoffe! Das ist doch gar nicht mehr gut, normal! Sie müssen mich jetzt still nur lieben! Nein! 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 Die Runde gewinnt die Runde! Das, was die Buki anhat, das finde ich sehr, sehr sorglos! Das fahrt noch gut! Ja! Und jetzt bin ich über die Runde! Waaah! Das kam für alle, dass die Buki falsch immer malen! Okay! Die hat sie auch! Ich habe sie mal auf ein T-Shirt gesperrt! Ja! Ich habe Mori-Gan an T-Shirt auf einem Teller! Oh, da kommt wieder der richtige Kommentator, der tatsächlich weiß, was hier passiert! Oh, nein! Er geht wieder! Tut mir leid! Na ganz toll! Okay! So! Wie versteht's jetzt? Ich habe ja eine Ahnung! Das habe ich nicht gesehen! Der ist jetzt in Führung! Also! 1-1! Also unentschieden! Ja! Ich will eigentlich auch nicht in der Taxi fahren! Ja! Ja! Ich denke, das war nicht so, aber kommt sie nach Hause! Mio hat eine ziemlich schwarzes Bandana rum! Wenn er seine Muskeln sind dort! Wenn er nur eng wäre! Tja! Aber gut! Und dann geht's! Das ist eine große große Musik! Und das ist eine gute eigene Musik! Ich bin jetzt mit dem Führungspann. Und das ist eine gute Meinung! Wir kommen jetzt mit dem Führungspann! Ich bin jetzt mit dem Führungspann. Und das ist ja mit dem Führungspann. Und das ist ja mit dem Führungspann. Das ist echt ziemlich gut. Ja, voll. Die Sonnenuntergang. Da hauen sie zwei in die Gossen. Doch wie die hat? Da möchte ich auch hin. Das höre ich nicht bei einer Zeit drauf. Hey, die wird aus, sie stehen unter dem Schiff und das Schiff wackelt. Ich glaube nicht, dass das ein Städt ist. Nein, das hat ein bisschen Säge. Das hat ein bisschen Säge, ja. Ein bisschen Wacke hinterher. Was? Irgendwer hat bloß gedrückt. Ja, blocke mal, du Arschloch! Die roten Balken sind wieder sehr rot. Die roten Balken sind wieder rot. Wurde weg! Sehr fachlich. Wurde gehst du? Nein, du musst wieder zurück. Ich glaube, das schaut nicht immer zu. Keine Ahnung. Nein, nein, nein. Mit links! Also, es ist fachlich zu sein. Oh! 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 Lern das jetzt! Cool! Oh! Oh! Okay! Ah! 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 Wohl gut, dann Overviewen wird man nochmal in der Linie zuschauen. Hier sieht man, dass sind lustige Sachen drücken, die nicht sehr koordiniert ausschauen. Aber ich kann es ja nicht beurteilen. Ich würde gerne ausprobieren, ob ich meinen Mann jetzt auch besiegen könnte. So betrunken. Ibuki hat gerade gewonnen. Sehr schön, das heißt es steht jetzt 2 zu 1. Da muss ich jetzt da drauf rücken. Ich kenn mich nämlich voll aus. So und da unten ist es auch. Falsche Richtung. Safe. Weiter gehts. Wach ich gehauen. Ich bin so begeabt. Okay. Wach ich gehauen, sag ich mit dem Typen da hinten los. Wieso sitzt du der da? Ja, also der ist dorthin tot erledigt worden. Wahrscheinlich. Die hauen es wieder. Jetzt hat sie sich in verloren. Und mir fällt auf, dass die blaue Wölkchen ausstoßen, wenn sie hinfallen. Warum haben wir nicht mehr auf der Starbeam? Vielleicht nicht. Schreie, schmerzlos. Okay, für Buki schaut es schon wieder nicht so gut aus. Oje. Da unten sind auch irgendwelche lustigen blauen Ketten, die manchmal leer und manchmal zollen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Irgendwer ist K.O., aber ich weiß noch nicht wer. Ich glaube, Ibuki ist K.O. Ja, das geht aber nicht. Okay, jetzt ist Pause offenbar. Ich weiß nicht, ob ich da auch was drucken muss. Jedenfalls kann ich mal den Spielstand noch erinnern. Jedenfalls kann ich mal den Spielstand noch erinnern. Ich weiß nicht mal den Spielstand noch erinnern. Ich sehe, ob es sich dieELL Store besser verɪ. Ich sehe übern. Aber ich mitteile sagen, ob ich möchte jetzt. Okay, dort. Da, dachverkirophil. Das war's für heute. Wow. Ich habe keine Ahnung, wieso sie jetzt Pause gemacht haben. Wir werden beide geschicken. Warum zum Teufel man während eines Grudge Matches schiffen geht? Ne, aber zusammen, zusammen waren wir noch nie. Nice, sie waren gemeinsam am Klo pipi machen. Der Abo ist hinten, wenn wir gestanden haben, die Geräte werden geschickt. Ich verstehe, also Chargy darf nichts schweres halten, habe ich gehört. Ähm, okay. Wie viel steht es, meine Herren? 2-2. Ich weiß nicht, aber wie fett ist der? No offense gegen Dama, aber ohne Brille. Mit einem Charakter, den er nicht mäht. Random show you. Wenn Chargy so gegen Negos gespielt hätte, wäre er circa ungefähr kastriert gewesen. Circa. Ei, EX Snack Breaker. Ich hasse Ibuki. Ja. Und der Sweep. Ibuki hat eigentlich alles, was ein Orschloss Charakter braucht. Erst dabei konzentriere dich. Es geht nicht darum, ob jemand zu sich, dass es morgen oben aufgeladen wird. Ich hasse Ibuki. Jetzt wär der Showyou wichtig gewesen. Es geht nicht darum, ob jemand zusieht, es geht darum, dass es morgen hochgeladen wird. Die roten Balken sind rot. Davor mit deinem kräftigen Schluck Coca-Cola. Chargy scheiß drauf und nimm gleich die Flasche. Deine Mama spielt um Geld. Jetzt bin ich hier. An meiner Seite... Negos wird sich aufregen, weil das Stoffding weg ist. An meiner Seite Nino Kunic. Ja, und ich sage, Davor trinkt Whisky-Cola. Alkoholfreiß Whisky-Cola hat. Alkohol. Deine Mutter. Alkohol voll und sie spielt um Geld. Fertig. Scheiße, das Dojo ist kein Ponyhof. Das mag sein, aber es ist ein fressiver Sojo. Non-Profit-Organisation. Sagt ihr was? Ja. Gut. Ja, Non-Profit-Organisation. Gestein. Ja, das ist ein fressiver Sojo. Wie ich redet, ich habe keine Ahnung. Was ist denn nun egal oder wie verkauft wurde? Gekauft und mitgebracht? NOOOOO! NOOOOO! Die Runde geht an... JIN-KU! 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 Okay. 2-2! Ich hab... Charges, nein, aber der Block geht sich aus, aber der, wieso, wie macht, wieso macht man das? Ja, der Oberheld, und darauf, und darauf ist er stolz, darauf ist er stolz, ist er darauf stolz, das ist der Problem, das ist der Problem, das ist der Problem, das ist der Problem, Fullscreen wieder, Er Charges, er Charges, er Charges, Jab, 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 into a Neckbreaker, Er ist alles in Wasser, Ihr seid alle! Es steht 3-2 für Charges, steht 3-2 für Charges. Wie ist der Spielstand? Jo, oder was ist, kannst du gerne mal entscheiden? Ich habe mich jetzt gerade entschieden, Ich habe mich jetzt gerade entschieden, doch wieder zu kommen. Ich verstehe. Du kommst oft, habe ich das Gefühl, die Frauen sind glücklich. Ich wusste, dass das kommt. Ich verstehe. Es kommt. Ja, nach wenigsten zuerst. Ja, ja, ja. Ich glaube, es steht 3-2. Aber für wen? Für Charges. Werden wir gleich sehen. Charges Sand. Oben, wo Wind steht. Das werden wir sehen. Danke für die Information. Ja, bitte. Königlicher, auf Wiedersehen, Besitzer. Auf Wiedersehen, Besitzer. Er spielt eh seit einer Dreiviertelstunde um sein Fakti-Gage. Hey, Non-Profit-Organisation. Ja, ebenso ist es. Er zahlt den Faktifahrer mit Monopoly. Okay. So. Oh! Sie sind gewechselt auf sein Main. Guter Tate. Warum? Ei, 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 ei. Davor macht sogar was cooles. Na, krass. Ich dachte, er macht jetzt irgendwas, wie ich weiß. Random story hätte ich erwartet. Mein Highlight des Tages und vielleicht des Jahres bis jetzt. Von Davor. Das Davor-Highlight. Er hat... Du meinst den Punkt? Ja, den Punkt. Ja. Hat den Third Strike. Beim Runden-Start, Shin Shoyu-Kang. Genau. Nun ist es... Ich bin gebrochen. Es ist... Es ist ja... Das... Gegen dich? Gegen Weiß-Kang. Achso. Noch besser. Jetzt wäre Shoyu angebracht gewesen. Ich will das G1-Knockdown bekommen, damit er Ultra auf sein Wake Up machen kann. Okay. Und des Gegners. Chachi gleich da aus. Ich bincio-Kang. Achso-Kang. Ich bin... G1-Knockdown. Was ist das denn? Ich bin... Das ist das G1-Knockdown. Wär wirklich? Alter! Wake up, Bro! Jab, jab, jab! Scheissdreck, EX! Ich hab keine Ahnung, wie die Moves heißen. EX Scheissdreck, sehr gut. Davor macht EX Scheissdreck. Egal was, egal was passiert. Uh, EX! Davor macht er um. Er macht's nicht, er macht nicht. Er macht's nicht. Er macht guter... Fuck! Okay, okay. Wie gut! Wir sind dabei! Es steht DREI! DREI DREI! Für wen? Für wen? Wie viel steht es? Für wen? Es ist Gleichstand! Es ist DREI DREI! Es ist Gleichstand! Es ist Gleichstand! Es ist Gleichstand! 3-3! Jab, Jab, Jab! Irgendwas, EX Neckbreaker! Das trifft nicht! Ja, warum machst du's dann? Weil ich Davor bin! Weil ich Davor bin! Weil ich Davor bin, kassier ich PERFECT erst! So gut! Davor ist ja cool! Okay! Weiter geht's! Davor konzentrier dich erst! Oder hast du zu viel Geld? Ich werde jetzt Clever Orangensaft trinken! Trink Orang! Clever Orangensaft! Ja, selbstverständlich! Clever! Falls die Leute von Clever zu sagen! Clever Orangensaft! Ist der Hausverstand immer vorbei! Er ist immer dabei! Clever Orangensaft! Ja! 100%! Ohne zu viel Orangensaft! Ich bin Stefan! Aus natürlichem Konzentrat! Davor, wenn du nach hinten drückst! Was blockst du? Pipi? Welcome Ultra! Alter! Pipi! Es steht 4-3! Ach! 4! Stimmt schon! Deine Mutter kennt sich besser aus! Als ich rechts war, steht wirklich 4-3! Er ist zu lange hier! Okay, also! Okay, also! Ähm! Scheinbar haben wir ein Match verpasst! Moment mal! Ganz kurz kurz! Ganz kurz! Ich hab gegen einen Anfänger gespielt als Chargi! Und, und! Ich habe Davor besiegt! Davor, der Anfänger! Ja! Du hast Davor besiegt! Oh gut! Wie hast du gegen dich selbst besiegt? Das, das wurde aufgenommen, gell! Du kannst, du kannst morgen im Archiv gerne schauen! Ich bin nicht besoffen! Hier trinken wir nicht! Wir trinken hier, definitiv! Was? Wer trinkt hier? Orangensaft! Ja! Clever Orangensaft! Und Cola! Clever Orangensaft! Ja! Product placement! Dieses Stream wird finanziert von Clever! Product placement! Wir haben Hausverstand! Billa? Clever! Eindeutig! Überleitung! Egal! Wo ist mein Geld hin? Wo ist mein Geld? Er hat das Money Match verloren! Wo ist mein Geld hin? Er hat 15 Euro gewonnen! Wenn wir um Geld spielen würden, was wir hier nicht können! It was a pleasure! Weil wir nicht spielen können! Das sowieso! Es war ein Spaß! Have a good night! See you next time!